Peinliche Momente. Wir alle kennen sie, erleben welche und hassen sie zutiefst. Das hier ist ein Einzeller. Wie der Name schon sagt, ist der Einzeller ein Organismus, was nur aus einer Zelle besteht. Er ist das einzige Orgasmus... Aaaaaaah! Orgasmus! Ich kann mal so blöd sein! Ja, super lustig, jetzt rein es auch wieder! Hab in der 8. Klasse mal Orgasmus statt Organismus gesagt. Die Klasse war im Ausnahmezustand. Haha! Oh Mann. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Heute schneide ich endlich mal das Thema Peinlichkeiten an. Und ja, es gibt schon super viele Videos dazu, aber ich hab mir gedacht, ich ziehe das Ganze mal vollkommen anders auf. Denn ich hab euch auf Twitter gebeten, mir eure peinlichen Storys zu schreiben. Und bevor ich jetzt das einfach nur so langweilig vorlese, werde ich das zuerst als Sketch nachstellen und dann erst vorlesen. Ihr könnt also so ein bisschen spekulieren, okay, was für eine Peinlichkeit könnte jetzt kommen. Mal gucken, ob ihr draufkommt. Wird lustig, oder? Nö. Doch. Und glaub mir, es wurden echt krasse Peinlichkeiten eingereicht. Dagegen ist dieser Klassiker ein Furz im Wind. Carina, bist du zu Hause? Oh Gott, zum Glück, mich zwickt's den halben Tag schon im Schritt. Doch bevor hier die Post abgeht, hab ich noch ne kleine Ankündigung für euch. Ich bin tatsächlich beim Minecraft-Suro mit dabei. Wer's nicht kennt, es ist ein Minecraft-Projekt, was ungefähr kurz und geschattet hat. Dabei geht's darum, dass ein Haufen Netzplayer und Streamer an eine Welt geworfen werden und halt nicht sterben dürfen. Es wird 100 Spieler geben, die auf dieser Insel spawnen und einfach überleben müssen. Denn wenn man stirbt, ist man einfach aus dem Projekt komplett draußen. Sobald du tot bist an diesem Projekt, bist du raus. Dann kannst du nicht mehr dich einloggen. Dann bist du raus. Dann bist du weg vom Fenster. Dann bist du gebannt. Und wenn man bescheißt oder irgendwie anders trollt, der fliegt natürlich auch. Getrolls wird nett. Getrolls wird nett. Fickt euch. Getrolls wird nett. Wer trollt, fliegt. Wir haben's verstanden, Herr Winkler. Wer das nicht verpassen will, sollte jetzt meinen Gaming-Kanal abonnieren. Damit's halt losgehen, dass ich so ein bisschen üben werde erst mal, weil ich hab seit, glaub ich, fünf Jahren kein Minecraft mehr gespielt. Link zum Gaming-Kanal ist in den Kommentaren angepinnt und für die Staunenfüchse auch hier oben verlinkt. Juhu. Freu mich schon. Ach ja, und wegen Hashtag Lieber und Gronkh, da reden wir lieber ein anderes Mal drüber, weil, ja, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen von dem Video. Okay? Gut, legen wir los. Eure Peinlichkeiten, meine Sketche dazu. Los geht's. Juhu! Ich wollte meine Mutter beim Einkaufen mal schrecken, hab mich von hinten angeschlichen, unterschrocken. Bloß war es nicht meine Mutter. Also das ist mir jetzt noch nie passiert. Nur hab ich als Kind mal eine fremde Frau umarmt, weil ich dachte, das sei meine Mutter. Und ich muss sagen, das war schon so sechs von zehn Punkten peinlich, weil normalerweise umarme ich nur Menschen, die ich halt irgendwie kenne. Wer von euch kann mir sagen, welcher berühmter Turm in Paris steht? Oh, ja, ich weiß es, ich weiß es! Was? Keiner? Ich, ich, ich! Sonst wirklich keiner? Ich, ich weiß es doch! Ja, Kevin, dann sag's uns halt. Der Big Ben! Ich hab mal über die Antwort eines Schülers richtig kurz geprostet, weil die Antwort vom Schüler falsch und eigentlich richtig einfach war. Das kenn ich jetzt auch nicht, weil eigentlich bin ich eher der Schüler, der die dummen Antworten gibt. Mit was atmen Fische? Das ist eine Fangfrage, oder? Unter Wasser kann man gar nicht atmen. So, den nächsten Tweet kann ich leider nicht nachstellen, weil, ja, seht selbst. Du wirst es mir nicht glauben, aber ich hab in der zweiten Klasse meine Lehrerin die Hose runtergezogen. Ich glaub dir das sogar, weil kein Mensch denkt sich sowas aus. Was ist denn da eigentlich? Bekommt man da einen Verweis oder sowas? Obwohl, zweite Klasse. Ja, nicht, oder? Egal, kommen wir zum nächsten. Ah! Was für ein wunderschöner Tag! Oh, ein Penny! Nur weil ich meine Hose verrissen hab. Erstmal die Hose gerissen, als ich auf dem Weg zum Edeka war. Auch ein Klassiker. Aber wie genau ist die jetzt eigentlich gerissen? Ich weiß nur, dass früher in der Schule auf unserem Klassenhelden das passiert ist und das war wirklich super lustig. Er hat halt ein Rückwärtssalto gemacht und dabei ist halt irgendwie die Hose gerissen. Keine Ahnung wie. Ich glaub das war sogar das einzige Mal, dass ich mal so richtig schadenfroh gelacht hab, weil sonst war immer er derjenige, der sich überall lustig gemacht hat ohne Konsequenzen. Und ich weiß, das ist trotzdem immer noch gemein von mir, aber ich glaube es hat ihm auch nicht geschadet mal so ein bisschen vom hohen Ross runter gehoben zu werden. Theo, könntest du bitte die nächste Aufgabe an der Tafel lösen? Nein. Doch, du kannst das. Komm jetzt. Okay. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Ich musste mal an die Wandtafel, als ich einen Ständer hatte. Danach hatte mich meine Lehrerin gefragt, was ich in deiner Hose habe und ich hab geantwortet, das ist Essen, was ich in der Pause essen will. Na dann, äh, guten Hunger. Doch kommen wir nun zu einem weiteren Tweet, den ich auch nicht nachstellen möchte. Mein Stiefvater hat mir die Hose runter gezogen auf dem Hof von meinem damaligen Crush. Naja, vielleicht wollt ihr ja auch einfach nur so ein bisschen die Liebe ankurbeln. Ich meine, das könnte doch sein. Nö, doch. Leute, ich hätte noch so viele weitere Tweets, die ich zeigen könnte. Ich glaube, ich mache eines Tages bestimmt noch einen zweiten Teil. Hättet ihr Bock drauf, einfach mal Kommentare schreiben. Ach ja, und hier noch eine Peinlichkeit. Als ich bemerkt habe, dass ich das neueste Video von Zeo noch nicht geliked habe. Uh, das, das ist wirklich peinlich. Nur Spaß. Und damit wir das Video mit einer positiven Moral abschließen, hier, letzte Tweet. Mein Problem mir ist selten was peinlich, ich bin eher den anderen peinlich. Und wenn du diesen Status erreicht hast, bist du erwachsen und der Rest um dich herum nicht. Denn jedem passiert mal irgendwas Blödes, doch davon geht die Welt nicht unter und in ein paar Tagen ist sowieso vergessen. Also lasst euch nicht ärgern und macht einfach weiter. Ui, das wird noch eine lange Reise, sage ich euch. Aber ihr wolltet den Abo-Counter, deswegen viel Spaß damit. Juhu! Willkommen, Kat, für ein Video von Gwitter im Kopf hier drüben klicken. Da geht es noch ein bisschen um die Kommentarkultur und der Gaming-Kanal ist auch hier unten verlinkt, by the way. Der ist eigentlich auch ganz süß, Carina ist oft dabei und wir laden da wirklich super viele Videos hoch zur Zeit. Dann sieht man sich wieder am Samstag zur weiteren Folge von Chill Deine Basics. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und eine supergeile Zeit. Also tschau, juhu! Mir geht gerade ein Licht auf.